Ich würd die 2 aufmachen. Da kannst du n Crown-Sticker ziehen. Oh, alles fair ist natürlich, ne. Kostet aber halt auch 1,19. Warte. Inventory. Wo ist das Kackding? Auf der 2. Seite in deinem Steam Inventor war das. Naja. Warte, da muss er jetzt irgendwo stehen. Eröffnet eine beliebige Aufkleberkapsel der Valve-Serie. Ich nimm die 2, die ist beischt. Dicker Kapsel 2. Gut. Mumfe? Ja. Ist gekauft. Was wollen wir hier raus? Eine Crown-Sticker bitte. Okay, kein Problem. 3, 2, 1, go. Das ist ein Scherz, oder? Nee. Das sind fucking 53 Euro. Nee. Ach du. Alter, Gott sei Dank hast du die scheiß Katze geöffnet. Mumpel, dafür gibt's was. So viel Glück kannst doch nur du haben, oder? Nee. Alter. Als ich den da kommen gesehen hab, ich wollte dich fassen. Ich refresh so dein Inventar auf Steam, um zu sehen, was für einen Sticker du bekommst, um halt so ein bisschen zu gucken, weil ich dachte, du bekommst eh nichts Gutes. Auf einmal seh ich das so'n scheiß Clown-Sticker. Naja, da hol ich mir nochmal die 5 Euro Profit ab. Joa, warum nicht? Alter, danke Mumpel. Egeil.